Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Unser Nachwuchscoach Norbert Elgert ist ja genau für diesen Bereich beim FC Schalke 04 seit 25 Jahren zuständig. Der Jugendcoach formte unter anderem Stars wie Manuel Neuer, Mesut Özil, Julian Draxler oder auch Leroy Sané zu Bundesliga-Profis. Nun verrät der 64-Jährige, was diese Stars ausgezeichnet hat, um im Profibereich zu bestehen. Im Sport1-Podcast Ledertalk hat sich Norbert Elgert nun dazu geäußert, was es bedarf, um bereits in jungen Jahren im Haifischbecken-Profi-Fußball zurechtzukommen. Wenn der Jugendspieler nicht gelernt hat, auf die Zugspitze zu kommen, wie soll er später auf Demont Erovis kommen? Wenn wir ihm da alles aus dem Weg räumen und wenn sie den Anforderungen später nicht standhalten, zog er einen sinnbildlichen Vergleich. Der Nachwuchschef des FC Schalke 04 setzte fort, mentale Stärke heißt für mich, dann gut zu sein, wenn es darauf ankommt. Das sind ja moderne Gladiatoren, da musst du schon belastbar sein. Jungs wie Özil, Neuer oder Draxler haben früh gezeigt, dass sie dem Druck standhalten. Die genannten Stars, die 2014 gemeinsam mit Deutschland Weltmeistern wurden, waren früh in der Lage, Potenzial zu zeigen, egal ob von 100.000 oder 100 Zuschauern, so Elgert. Bei vielen anderen Nachwuchsspielern sei dies hingegen nicht der Fall, weshalb diese es nicht bis an die Spitze schaffen würden. Also, da Norbert Elgert mit einem wirklich schönen, sinnbildlichen Vergleich mit einigen spannenden Eindrücken, wer die ganze Lage so einschätzt. Denn Kleist natürlich auch, was so junge Talente angeht, die wenigsten werden Profifußballern und von den wenigen, die überhaupt mal die Chance dazu haben, werden noch weniger überhaupt wirklich so richtig guten Profifußballern. Und deswegen ist das schon eine gewisse Besonderheit, dass natürlich auch dann, und das wissen wir ja alle, so viele auch aus der Knappenspiele zumindest vor einigen Jahren zu wirklichen Stars geworden sind. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!